Warte, magst du das kurz wegpacken? Also, wir sind hier im Wohnwagen. Im sogenannten Wohnfried. Wohnbus. Im sogenannten Wohnfried. Wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt, äh, nimmst du ein Video auf? Nein, natürlich, ja schon. Das ist aber schlecht. Ja, erzähl irgendwas du willst, was wir morgen niemals veröffentlichen dürfen. Der reißkörper Pylons an hat einen Aal in der Hand. Hier ist kein Licht. Warte, ich hab Licht. Ja, ich würde gerne, du Hegel, du Hegel, Hegel, Hegel. Was ist das? Das hat Hansli gesagt. Nein, das ist ein blaues Licht. Was macht das? Es läuft hier blau. Richtig. So, würden wir jetzt bitte mal schön, ähm, du, ich würde gerne eine Tour machen zu den, äh, Hügeln der Solarzellen. Aber natürlich sind auch Solarzellen, oder? Ja, ist das so. Und da, der, der Solarfrit. Guck mal, kommt das Licht auf der anderen Seite raus? Oh, die gehen aber, äh, naja, die gehen auf jeden Fall. Die gehen wieder zügig. Ja, und wie war das damals, als du jetzt mit deinem T31 über die Drehmomentwoge aufs Solarzellendach gefahren bist? Es war gut, es lag kein Schnee. Es war kein Schnee? Es lag kein Schnee. Du hast dich nicht festgefahren? Ja. Es kommt morgen nicht bei YouTube, doch, kommt's wohl. Morgen schon? Oh, warte, ich glaub, Moxan ist da. Ah, mh. Hast du was unheimlich Kurzes im Rücken? Ja, im Rücken nicht, aber im Popo. Das ist mein Bauchnamen. Ah, der ist länger wie mein Schwach.